Was ist die Verletzung? Weil das kommt alles anders rüber. Wir brauchen uns nicht weiter zu unterhalten. Ich gebe kein Interview, wenn Sie in der Nähe sind. Das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Das können Sie sich mal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Okay, danke. Ich muss genauso meine Arbeit machen wie Sie. Die machen Sie auch nicht richtig. Das ist Ihre Interpretation. Ja, und deshalb, weil Sie das nicht richtig rüberbringen, was ich sage, werde ich auch hier nicht irgendetwas sagen, wenn Sie dabei sind. Ja, da kann ich ja nichts rüberbringen. Nee, bringen Sie auch nicht rüber, weil Sie finden da sowieso was. Okay, ich werde nicht weiter sprechen, solange Sie hier in der Nähe sind. Soll ich dann aus einer Sekundärquelle zitieren? Ja, machen Sie das sowieso. Soll ich den Raum jetzt verlassen? Sie müssen sich in den Raum verlassen, aber ich spreche nicht, wenn Sie hier in der Nähe sind. Ja, aber das ist doch kein Zustand. Den Zustand haben Sie geschaffen, nicht ich. Okay, danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020